Der Bezirk Grieß ist der fünfte Grazer Stadtbezirk. Lage. Er grenzt im Norden an den vierte Bezirk Lent, im Osten an die Bezirke Erste Innere Stadt und sechste Jackominy, im Süden an die Bezirke Siebte, Liebenau, Siebzehnte, Puntigam und im Westen an die Bezirke Vierzehnte, Eggenberg, Fünfzehnte, Wetzelsdorf und sechzehnte Straßgang, Geschichte. Der althochdeutsche Flurname Grieß bezieht sich auf ein Kiesgeschiebe oder einen Flur mit groben Sand wie es in Uferstrecken der Moor häufig vorkommt. Durch seine exponierte, ungeschützte Lage vor den Stadtmauern und wegen der Hochwassergefahr wurde der Grieß lange Zeit hindurch von Flößern, einfachen Handwerkern und Händlern als billiges Wohn- und Gewerbegebiet genützt. Erst im 17. Jahrhundert begann sich die feste Bebauung durchzusetzen. Der Bezirk hat seinen multikulturellen Charakteren über die Jahrhunderte erhalten. Bis heute ist er auch für seine Rotlichtszene bekannt. Verkehr Das Zentrum des Bezirks ist der Grießplatz. Dieser ist der zentrale Umsteigepunkt von den städtischen Buslinien 31, 32, 33, 39, 40 und 67 zu verschiedenen regionalen Buslinien in die West- und Südsteiermark. Mit Ausnahme der Buslinie 67 führen alle anderen Buslinien vom Grießplatz direkt zum Ja-Kommini-Platz. Im Bezirk liegt auch die Strafvollzugsanstalt Karlau. Bildung Neue Mittelschule St. André Pädagogischer Panther 2002 Johann Josef F.O.X. Konservatorium Musikschule des Landes Steiermark BG Dreihackengasse BG BRG Överseegasse Neue Mittelschule Albert Schweitzer Kultur Die Galerie K5 der Kulturvereinigung Urvorstadt am Grießplatz ist Anlaufstation im Bezirk Grieß für Kunstinteressierte und Künstler aus Graz und Der Steiermark Regelmäßige Ausstellungen tragen zum besonderen Flair des Platzes bei Sehenswürdigkeiten Der stadteinwärtige Nordteil des Bezirks gehört zum UNESCO-Welterbe Stadt Graz, Historisches Zentrum und Schloss Eggenberg Bauwerke Altersheimkirche Bürgerspitalkirche Kirche Don Bosco Elisabethinekirche Zentralfriedhofskirche Kirche St. André Triester Siedlung Erbaut 1930 Unterbürgermeister Vinzenz Muchitsch Bei der erstmals umfassenden Sanierung der aus den 1920er Jahren stammenden Gemeindebauten wurde an einer Stelle die weiße Bemalung mit LSR und Pfeilschräg hinunter zu einem Kellerfenster an der Triesterstraße als wohl eine der allerletzten in Österreich als denkmalgeschützt erhalten und nicht mit Wärmedämmung abgedeckt Eine analoge Markierung an der Rückseite desselben Blocks im Westen zu Vinzenz Muchitschgasse hin lautete auf Nah wie Notausgang LSR war in dieser Art in den 1970er Jahren noch an einigen alten Wohnblöcken in Österreichs Städten zu lesen Manche der betroffenen Kellerfensteröffnungen waren zusätzlich mit einem 8 cm dicken, massiven, seitlich angeschlagenen Betonflügel verschlossen Was auf die Adaptierung des Kellerraums als Luftschutzraum bei Bombardierungen im Zweiten Weltkrieg hinweist Die höher liegende Bemalung mit den bis zu 1 m langen Pfeilen und 30 cm hohen Lettern sollte wohl Zugmannschaften den Weg zu ein geschlossenen Weisen Wenn Häuser teilweise zu Schutthäufen aus Ziegeln und Holzbalken eingestürzt sind